Tja ihr Lieben, die nächste Programmvorschau am Start, heute am 26.04.2022. Wollt ihr den totalen Krieg? Es sieht so aus, es sieht so aus, aber nicht nur darum geht es, sondern um ganz andere wichtige Punkte. Natürlich auch wieder in meinem Hauptfilmchen, den ihr anschauen könnt bei VK Bitchute. Und Telegram Odyssey, die sich den Trailer bei Wegnus TV aufrufen, entsprechend den Link bitte kopieren in die Browserzeile ab damit. Tja und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.